Der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der Staatsferne, Rundfunk ist eine demokratische Errungenschaft und jetzt müssen wir feststellen, er ist aber in der Krise. Das gilt natürlich insbesondere für den RBB in der tiefsten Krise, muss man wohl sagen, seit seiner Gründung. Aber das strahlt ja auch aus auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk insgesamt und wir wollen deswegen jetzt auch nicht nur zurückblicken im Zorn sozusagen, sondern auch ein paar Punkte bringen, die vielleicht ein bisschen nach vorne weisen. Also wie man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch in all seinen Aufsichts- und Kontrollfunktionen auch wieder stärken kann. Wichtig ist uns eins, also jetzt ist ja die aus unserer Sicht verrückte Idee aufgekommen, den RBB möglicherweise zu zerschlagen. Ich weiß nicht, wie ernst man das nehmen soll, also zwischen dem NDR und dem MDR aufzuteilen, das will ich nochmal klar sagen. Das können Sie sich wahrscheinlich sowieso denken, das halten wir natürlich für eine totale Schnapsidee. Das sollte auf gar keinen Fall weiterverfolgt werden, denn wir haben hier in Berlin und Brandenburg einen Wirtschaftsraum, einen Sozialraum über sechs Millionen Menschen, die einen Sozialraum bilden und auch eine Rundfunk, eine Medienlandschaft, die hier gewachsen ist und eng verknüpft ist. Ich weiß nicht, wie man auf so eine Idee kommen kann, das weisen wir klar zurück. Diese Diskussion war auch so ein bisschen der Anlass dafür, dass wir gesagt haben, wir machen heute eine gemeinsame Pressekonferenz, um hier auch wirklich ganz klar zu sagen, dass wir das absolut ablehnen. Der zweite Punkt, der mir wichtig ist, wenn wir über die Krise des RBB reden, dann reden wir nicht über die vielen guten Mitarbeiter, dann reden wir auch nicht über das Programm. Die Mitarbeiter machen eine gute Arbeit, die Mitarbeiter sind bescheiden. Ich weiß von Leuten, mit denen ich gesprochen habe, dass sie zum Beispiel ihr Essen selber mitbringen, wenn sie eine Betriebsfeier haben, weil sie keine Gebühren dafür, keine Beiträge dafür verwenden wollen für ihre Verpflegung. Und umso ärgerlicher ist es eben, wenn es eben an der Spitze jetzt doch ganz offensichtlich das Bild entstanden ist, oder es ist ja nicht nur das Bild entstanden, sondern es verfestigt sich ja auch, dass dort eben das weniger Sorgfalt im Umgang mit dem Geld der Beitragszahler herrscht. Und dass hier die Ulrike Herrmann von der Taz, hat es ja heute so genannt, eine Selbstbedienungsmentalität um sich gegriffen hat, wo dann auch alles, was legal ist, dann auch gleichzeitig noch für legitim gehalten wird. Und das, finde ich, muss man eben jetzt in diesem Aufklärungsprozess auch ein bisschen auseinanderdröseln. Nicht alles, was irgendwie vielleicht keine justizablen Fragen aufwirft und irgendwie noch mit der Compliance in Einklang ist, ist deswegen unbedingt auch legitim. Also das ist auch eine Frage von Kultur. Und deswegen, viertens, schlagen wir vor, also für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk insgesamt, eine Reformkommission. Also das muss natürlich aus den Sendeanstalten selbst heraus entstehen. Wir können das nur vorschlagen oder anregen, dass man sich ein bisschen grundlegender mit den Strukturen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auseinandersetzt, mit der Frage der Transparenz, mit Berichtspflichten, mit finanziellen Schwellenwerten, mit der Offenlegung. Das finde ich ganz wichtig, wirklich von Beraterverträgen, mit der Beauftragung von Gutachten. Muss man überhaupt Dinge nach außen geben oder hat man nicht die Kompetenzen auch im Haus und so. Also solche, an all diesen Fragen, da wünschen wir uns in Zukunft wirklich wesentlich mehr Transparenz. Und dafür wäre es eben ganz gut, wenn man da vielleicht auch so einen breiteren Diskussionsprozess unter Einbeziehung unbedingt auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sowohl der Festangestellten als auch der freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in Gang setzen könnte. Fünftens will ich noch sagen, wir haben jetzt, also dieser ganze Aufklärungsprozess und Diskussionsprozess, der fällt ja in die Zeit, in der wir hier den RBB-Staatsvertrag verhandeln. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir also erstens diese Aufklärungsergebnisse und Diskussionsprozesse auch einfließen lassen in die Verhandlungen zum RBB-Staatsvertrag. Und dafür ist es aus unserer Sicht sehr wichtig, dass die Zusammenarbeit des Brandenburger Landtags und des Abgeordnetenhauses von Berlin verstärkt wird. Denn diese Staatsvertragsverhandlungen, die haben natürlich ein bisschen die Tendenz, eher sich auf der exekutiven Ebene abzuspielen. Und es ist, glaube ich, wichtig, dass sich die Parlamente jetzt sehr stark da einbringen. Und das geht, glaube ich, am besten, wenn Sie das zusammentun und auch zusammen beraten und eigene Vorstellungen da entwickeln. Sechstens will ich sagen, jetzt dem Herrn Brandstetter wünschen wir jetzt da natürlich Erfolg und dass es eine arbeitsfähige Geschäftsführung gibt beim RBB. Wir gehen davon aus, ich sage es mal so, obwohl er ja als Verwaltungsdirektor war jetzt in den letzten Jahren, dass wir ihn auf jeden Fall beim Wort nehmen können und dass er auch die Kenntnisse der Vorgänge, die er ja haben muss als Verwaltungsdirektor, dafür nutzt, sich da auch aktiv an der Aufklärung zu beteiligen. Siebtens will ich noch hinzufügen, wir würden uns wünschen, dass vielleicht, ja, das jetzt nicht nur bei Herrn Brandstetter liegt, also die Aufsicht über diesen Prozess, sondern dass wir vielleicht ein, oder dass es im RBB ein Gremium eingerichtet wird, aus Rundfunkrat, Freienvertretung, Personalrat. Dieses Gremium, das dann ein, das diesen Aufklärungsprozess begleitet und steuert. Und achtens, will ich noch hinzufügen als letzten Punkt, wir haben sehr viel über Patricia Schlesinger gesprochen in den letzten Wochen. Wir haben wenig und ich finde zu wenig über den Verwaltungsrat gesprochen. Also ich finde, es muss auch mal hinterfragt werden, was wusste eigentlich der Verwaltungsrat von all diesen Dingen, die jetzt Patricia Schlesinger zu Recht ja auch vorgeworfen werden. Also das sind ja alles Dinge, die wollen wir ja auch aufgeklärt haben, aber zur Aufklärung gehört auch, wer war alles involviert. Und der Verwaltungsrat, der die finanzielle Aufsicht führt eigentlich, muss natürlich von vielen ja auch gewusst haben und das ist eigentlich noch nie so richtig zur Sprache gekommen. Und im selben Zusammenhang muss ich sagen, diese Konstruktion, dass der Verwaltungsratsvorsitzende, der Wolf, gleichzeitig Messechef war, also im Grunde ja diese Verquickung von zwei sehr herausgehobenen Funktionen, das war ja im Grunde das ganze Spinnrad von diesem, also alles, was jetzt hier sich auf der Ebene von Vorwürfen erstmal aufgetan hat, hat ja damit eigentlich begonnen mit dieser Doppelfunktion. Da geht es ja eben dann um die Vergabe von Beraterverträgen eben auf Seiten der Messe, auf Seiten der RBB und wie das vielleicht miteinander zusammenhängen könnte. Also ich finde, da muss man schon noch mal ein bisschen genauer hinschauen, aber vor allem, finde ich, muss man daraus die Konsequenz ziehen und damit will ich schließen, dass wir Vorsorge treffen, jetzt eben auch im Zusammenhang vielleicht mit der Verhandlung des Staatsvertrags, dass eine solche Verquickung in Zukunft einfach ausgeschlossen werden kann. Danke, das war's. Ja, danke, Alexander King. Ich würde ganz gern beim Nützen anknüpfen wollen. Also die Verantwortung, alleine bei jetzt Frau Schlesinger abzuladen, greift mit Sicherheit zu kurz. Von daher ist, glaube ich, die Situation, dass Herr Wolf sein Amt ruhen lässt, vielleicht auch zu kurz gesprungen. Also ich glaube, man kann auch hier einen Rücktritt erwarten und sollte er nicht von seinem Vorsitz zurücktreten, dann kann auch der Rundfunkrat in der nächsten Sitzung Herrn Wolf als Verwaltungsratsmitglied abberufen. Also ich glaube, sozusagen, da braucht man ganz klare Strukturen, auch in Anbetracht, dass eben eine gewisse Mitverantwortung beim Verwaltungsratsvorsitzenden eben auch zu suchen ist. Es gibt ja die verschiedensten Vorschläge, die jetzt im Raum sind, wie sich dann bestimmte Dinge weiterentwickeln sollen. Also ich glaube, man darf jetzt natürlich auch nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Also Kriterien für Rundfunkratsmitglieder, dort jetzt nur noch Medienprofis zu platzieren, glaube ich, greift zu kurz. Also der Rundfunkrat hat natürlich die Aufgabe, den Programmauftrag, sag ich mal, umzusetzen und zu kontrollieren. Und von daher ist es schon wichtig, dass beim Rundfunkrat natürlich gesellschaftliche Gruppierungen weiterhin dort mit involviert sind und einbezogen werden. Von daher wäre das sicherlich eine Aufgabe für den Rundfunkstaatsvertrag jetzt, oder für den RBB-Staatsvertrag jetzt nochmal zu gucken, wie kann man denn auch beim Thema Rundfunkrat nochmal nachschärfen. Das Thema Gehälter hat der Kollege King eben schon angesprochen. Wir haben ja im Rheinburger Landtag sehr gute Erfahrungen gemacht mit einer unabhängigen Kommission, die sich um die Abgeordnetenentschädigung damals bemüht hat. Da war Steuerzahlerbund, Unternehmerverband, DGB, waren alle mit an einem Tisch und haben einen Vorschlag unterbreitet. Und ähnlich, glaube ich, sollte die ARD prüfen, ob nicht eine ähnliche unabhängige Kommission eingesetzt werden kann, um eben die Intendantengehälter und die Direktorengehälter dort einen Vorschlag zu unterbreiten. Weil ich glaube, denn das war ja auch die Erfahrung der letzten Jahre bei den Diskussionen um die Medienstaatsverträge, die Intendantengehälter waren immer Thema, die Direktorengehälter waren immer Thema. Von daher wäre das schon, glaube ich, sehr wichtig. Wir haben uns dazu verständigt, weil die Fragen ja auch hin und wieder kamen, wie soll denn jetzt die Nachfolge von Frau Schlesinger geregelt werden? Wir haben sozusagen da null Vorstellungen, was Personen angeht. Und ich glaube, die Zeitung ist auch zu früh, jetzt über Personen zu reden. Was aber ganz klar sein muss, ist, dass die Zielstellung der Rot-Rot-Grün-Regierung in Berlin, als auch der Kenia-Koalition hier in Brandenburg, mehr Landeskinder in Verantwortung zu nehmen. Also wir erwarten ganz klar, dass die nächste RBB-Intendanz ostdeutsch besetzt wird und nicht sozusagen dann wieder andere Lösungen größer eine Rolle spielen. Die Staatsanwaltschaft hat ja nun erklärt, dass sie Ermittlungen aufgenommen hat. Wir fordern jetzt den RBB auf, über Rückzahlungs- und Schadensersatzansprüche auch diese zu prüfen. Inwieweit gegenüber Frau Schlesinger Rückzahlungs- und Schadensersatzforderungen geltend gemacht werden können. Ich glaube, das ist mehr recht als schlecht, jetzt auch diesen Weg zu gehen. Und wenn jetzt die Frage kommt, wie stellen wir uns denn den Aufklärungsprozess insgesamt vor? Ich glaube, diese Rechtsanwaltskanzlei zu beauftragen, ist der eine Schritt. Der zweite Schritt ist natürlich, darüber nachzudenken, wie kriegt man das Vertrauen bei den Mitarbeitenden wieder gestärkt, wieder aufgebaut und wie kriegt man den Personalrat, wie kriegt man die freien Mitarbeitenden einbezogen bei der Frage, welche Konsequenzen ziehen wir denn aus diesem ganzen Schlamassel, der sozusagen jetzt vor uns liegt. Und in diesem Sinne, glaube ich, könnte man dann auch den RBB wieder auf einen guten Weg bringen und vor allen Dingen auch eine Situation schaffen, dass die Mitarbeitenden wieder gerne ihre Arbeit machen, weil ich merke schon in den Gesprächen, dass der Frust über das, was da in der Geschäftsführung passiert ist, schon relativ groß ist. Okay, das war der erste Teil. Dazu jetzt Fragen von Ihnen. Herr Lassive und Herr Rote. Es gibt ja so ein schönes altes Sprichwort. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann gründe ich einen Arbeitskreis. Sie haben jetzt in den letzten zehn Minuten immerhin drei Arbeitskreise gegründet, beziehungsweise gefordert, sie zu gründen. Und ich habe relativ wenig konkrete Vorschläge aus Ihren Worten entnommen, was passieren soll. Also Sie haben zwar lauter neue Gremien gefordert, Sie haben aber keine konkreten Maßnahmen gefordert. Vielleicht könnten Sie da noch ein bisschen ins Detail gehen. Also ich will mal da anfangen, wo Alexander King vorhin aufgehört hat. Und zwar, wenn die Verantwortung der beiden Parlamente, und darüber können wir als Abgeordnete ja reden, in Anspruch genommen wird. Also gegenwärtig ist es ja so, dass Staatsverträge von den Regierungen verhandelt werden und die Regierung und die Parlamente immer nur Ja oder Nein sagen können. Berlin hat den Vorteil, die haben einen Medienausschuss. Der Medienausschuss wurde in Brandenburg abgelehnt oder der Runderausschuss wurde abgelehnt. Wir haben jetzt zugegebenermaßen in den letzten Monaten verstärkt uns mit medienpolitischen Themen beschäftigt. Aber ich glaube, dass wenn es zum Beispiel darum geht, Kontrollstrukturen zu überprüfen, Compliance-Regeln zu verschärfen, dann können die Parlamente dort einen wirksamen Beitrag leisten. Und ich glaube, genau darum geht es, dass im Staatsvertrag die Compliance-Regeln, die Kontrollgremien, die Kontrollmechanismen, sagen wir mal, verstärkt werden müssen. Und das ist sozusagen ein ganz konkreter Vorschlag. Und wenn ich Herrn Grimm höre als Chef der Staatskanzlei Brandenburg, dann geht der ja einen ähnlichen Weg. Und von daher bin ich dann guten Mutes, dass die Parlamente diesmal frühzeitiger einbezogen werden und intensiver einbezogen werden bei der Arbeit des Staatsvertrages. Ja, du hast es ja schon gesagt, wir, also die Politik, bringt sich ja jetzt in diesem Prozess nicht direkt ein. Wir regieren jetzt nicht hier in den Rundfunk, aber wir sind natürlich beteiligt dann an der Ausarbeitung des Staatsvertrags. Aber ein paar konkrete Vorschläge kann man schon in den Raum stellen. Also wenn wir davon reden, Ausweitung der Kontroll- und Aufsichtsfunktion, was könnte das bedeuten? Das müsste aus meiner Sicht zum Beispiel bedeuten, dass der Rundfunkrat auch personell besser unterstützt wird. Bisher gibt es ja eigentlich fast gar keine hauptamtliche Unterstützung für die Arbeit des Rundfunkrats. Das heißt, es ist ja schwierig für die Rundfunkratsmitglieder, die ja in ihrem normalen Leben ja auch noch viele andere Aufgaben haben, dieser Aufgabe gerecht zu werden. Also das wäre zum Beispiel ein konkreter Vorschlag, dass man da vielleicht auch das personell und auch finanziell besser unterstützt. Dann gibt es den Vorschlag, den finde ich eigentlich auch gut, auch in Dauer, ich weiß nicht, wie jetzt vielleicht auch beteiligte Journalisten das sehen, aber ich finde diese Whistleblower-Regelung, die es ja jetzt gerade gibt und die es ja auch im Zusammenhang zum Beispiel mit der Frage sexuellen Übergriffe gibt und so, also wenn man sowas vielleicht verallgemeinern könnte, also dass Mitarbeiter eben auch Sachen nach außen tragen können, ohne jetzt immer Angst zu haben, dass ihnen das dann zum Nachteil gereicht. Und wie gesagt, ich finde, man muss eben festlegen, dass man schon Berichtspflichten darüber, was jetzt ausgegeben wird, also es gibt ja auch Schwellenwerte, dass man die absenkt, dass man die Gerichtspflichten ausweitet, dass man einfach im Grunde Transparenz schafft über jeden Euro und jeden Cent, der im öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit den Beiträgen der Beitragszahler verwendet wird. Und dass man vielleicht auch, Pascal, hattest du das schon gesagt, eine externe Compliance-Beauftragten benennt, das wäre eben auch ein Vorschlag, den es gibt und den wir unterstützen würden, also dass es eben eine, ja auch eine Aufsicht gibt, die quasi von außen auf die Dinge guckt, einen externen Compliance-Beauftragten. Das wären jetzt mal konkrete Punkte, die sich auf die Aufsichts- und Kontrollfunktion beziehen, aber ich sage das wirklich unter dem Vorbehalt, dass wir jetzt nicht diejenigen sind, die hier den RBB umstrippen, wir können eben Vorschläge machen, weil Sie das ja auch jetzt eingefordert haben, zu Recht, aber wir können das nur anregen. Herr Rote. Ja, da haben wir einen Vorschlag, den Rechnungshof mit der Kontrollen zu beauftragen und dann noch eine Frage zu Herrn Anders, Sie dachten gerade Mitarbeitende vorzunehmen, kann das jetzt auch noch ein Träger werden? Also der Rechnungshof kann ja jetzt schon prüfen, er wird nach der Verfassung aber nur sozusagen selbstständig tätig und kann nicht beauftragt werden und deswegen wäre schon die Frage, inwieweit man die Kontrollpflichten des Rechnungshofes auch im Staatsvertrag gegebenenfalls nochmal neu festschreibt. Was das Vertrauen der Mitarbeitenden angeht, ich finde, gerade Frau Schlesinger hat sich ja in den letzten Jahren hervorgetan, die freien Mitarbeitenden, sag ich mal, ja, wie soll ich sagen, also es hat sich schwer getan, eine freien Vertretung sozusagen, eine wirkungsvolle freien Vertretung zu installieren. So und auch gerade die Frage von Garantien gegenüber den freien Mitarbeitenden, das wäre schon eine Möglichkeit, tatsächlich auch zu sagen, wir wollen, dass die freien Mitarbeitenden eine Perspektive beim RBB haben, dass endlich die Personalvertretung beim RBB klar geregelt wird. Da haben wir ja mit dem damaligen Entwurf des RBB-Staatsvertrages durchaus eine gute Grundlage, die man auch weiterentwickeln kann, da sage ich mal, ich will die Kacken Hildros machen, dass man da aber auch jetzt nicht mehr viel Zeit verlieren sollte. Also wir haben, unsere Position war ja seinerzeit, dass wir das, was geeint ist zwischen Berlin und Brandenburg, sag ich mal, in einem ersten Schritt beschließen sollte und die Dinge, die nicht geeint sind, wie zum Beispiel das Thema Flexibilisierung, dass man das in einem zweiten Schritt machen kann. Ja, also ich sage mal, da haben wir sehr viel Zeit verloren. Und wenn ich mir jetzt die Diskussion angucke, gehe ich mal davon aus, dass wir aufgrund der aktuellen Situation möglicherweise doch auch wieder mehr Zeit brauchen, um den RBB-Staatsvertrag dann ins Verfahren zu bekommen. Ich hoffe nicht, aber ich befürchte es. Deswegen ist für die freien Mitarbeitenden nach wie vor die Situation, glaube ich, nicht zufriedenstellend. Und das wäre für mich schon ein wichtiger Punkt. Herr Kaus. Ja, Herr Dondres, sind Sie sicher, dass andere Häuser weniger herrschaftlich dastehen? Also, dass eben andere Sender andere Maßstäbe angegen, als die jetzt hier im RBB angelegt worden sind. Und zweitens, ja, auch ohne die Steigerung des Gehalts von Frau Schlesinger hat sie ja schon mehr gehabt als der Bundeskanzler. Also gibt es da überhaupt noch so etwas wie Maßstäbe in diesem Bereich? Und könnte man nicht insgesamt mal darüber nachdenken, dass ein bisschen weniger Gebührengeld in die Privatschatullen und ein bisschen mehr ins Programm geht? Denn es ist doch eigenartig, dass der RBB in der Kritik steht, nicht für sein unterirdisches Programm, und ich nenne es ganz bewusst so, ja, sondern eben für den Teppich, auf dem Frau Schlesinger möglicherweise nicht geblieben ist. Ja, und schließlich, Herr Dondres, wofür Rückzahlungen oder Schadensersatzforderungen sollen? Soll Sie jetzt den Boden bezahlen oder den Sessel oder was? Was schwebt Ihnen da vor? Also was die Maßstäbe angeht, also das ist ja der Hintergrund, den wir gemeint haben mit der unabhängigen Kommission. Also ich sage mal, die Frage, wer legt denn Intendantgehälter, wer legt denn Direktorengehälter fest? Also da kann schon eine unabhängige Kommission helfen und das trifft nicht nur den RBB, sondern das trifft, glaube ich, alle ARD-Anstalten, ZDF, glaube ich, auch. Also von daher wäre diese unabhängige Kommission auf Bundesebene schon ein erster Schritt, um möglicherweise bestimmte Sachen wieder ins Lot zu bekommen. Was die Frage angeht, Rücksahlung. Also die Staatsanwaltschaft wird ja jetzt prüfen und die Frage zum Beispiel, ob im Essen im Hause von Frau Schlesinger privat oder geschäftlich war, wird ja irgendwann mal als Ergebnis unterm Strich stehen. Und ich meine, da gibt es ja den Streit, wer davon ausgegangen ist, dass das Essen geschäftlich ist oder ob man möglicherweise als privates Essen deklariert. Ich sage mal, die Frage, ob denn der RBB private Essen zu finanzieren hat, die Frage kann ja beantwortet werden. Und sollte die Frage so beantwortet werden, dass der Charakter des Essens eher privater Natur war, dann kann natürlich der Sender auch das Geld zurückfordern. Hinzu kommt, dass ich sozusagen so ein Essen in privaten Räumen sowieso etwas sehr, sehr anrufig finde. Ich würde vielleicht nur kurz was ergänzen, weil Sie hatten ja nicht nur nach der Art der Festlegung von Intendantengehältern gefragt, sondern auch nach der Höhe und wie wir die einschätzen. Also das sehe ich genau wie Sie. Also ich finde auch, dass 300.000 oder wenn wir über die WDR sprechen, über 400.000 Euro zu hoch ist. Und der Kollege Domres hatte jetzt einen Vorschlag gemacht, wie man zu den Gehältern kommt. Das ist das Verfahren. Das ist auch wichtig, weil bis jetzt haben wir ja quasi eine mehr oder weniger freihändige Erhöhung ja auch erlebt im Verwaltungsrat, plus 16 Prozent, einfach mal so. Das soll es nicht mehr geben. Aber Sie haben natürlich recht, die Höhe an sich, die kritisieren wir sowieso. Das haben wir übrigens als Linke schon immer kritisiert, dass das Gehälter sind, die einfach völlig ohne jedes Maß sind. Und Sie haben auch zu Recht darauf hingewiesen, wir reden immer über Rundfunkbeiträge. Jeder Haushalt muss diese Beiträge bezahlen. Und deswegen ist es auch keine Petitesse, wie mit diesen Beiträgen dann an der Spitze der Anstalten umgegangen wird. Wir haben ja jetzt keine konkreten Vorwürfe gegen andere Häuser, aber natürlich kennen wir auch die Gehälter in anderen Häusern. Und das ist natürlich genauso kritikwürdig. Und das ist ganz offensichtlich eine sehr großzügige Ausgabekultur in dem Bereich, die sich da, denke ich mal, in allen Sendeanstalten auch, also die da auch überall kritisch aufbereitet werden muss. Und diese Gehälter müssen auf jeden Fall auf normales Maß zurückgesetzt werden. Also bis jetzt sind uns keine Vorwürfe bekannt, sag ich mal, die jetzt in die Richtung gehen, wie wir das jetzt über das Parkett von Patricia Schlesinger und Ähnliches gehört haben. Also im Prinzip der Sparsamkeit sollte sozusagen ein Grundsatz sein in den Häusern des öffentlichen Rundfunks. Rundfunkgebühren ist natürlich ein heißes Thema. Da gibt es ja den Vorschlag der KEF und ich glaube, im nächsten halben Jahr wird sich genau darüber, sag ich mal, zu unterhalten sein, wie sich denn die Rundfunkgebühren neu gestalten. Ich erinnere daran, dass ja der sechs Sachsen-Anhaltinische Landtag die letzte Gebührenerhöhung zum Scheitern gebracht hat. Fakt ist aber, wir brauchen sozusagen einen gebührenfinanzierten öffentlichen Rundfunk. Das ist sozusagen der Grundsatz. Und natürlich muss bei der Frage der Gebührenhöhe, der Gebührengestaltung, müssen natürlich solche Sachen wie eben Intendantengehalter, wie Direktorengelter, wie Sparsamkeit bei den, sag ich mal, bei der Hardware von Rundfunkanstalten natürlich eine Rolle spielen. Und natürlich sagen wir dann auch als Linke, da muss man genauso aber darüber auch die sozialen Aspekte denn bei der Rundfunkgebührengestaltung im Blick haben. Also die Frage, welche Verbilligungstatbestände oder Ermäßigungstatbestände haben wir, welche Befreiungstatbestände haben wir, wie können die Befreiungstatbestände noch kompensiert werden. Also wenn zum Beispiel Hartz-IV-Empfänger oder Studierende sozusagen wieder befreit werden oder ermäßigten Beitragszahlen, dann muss die, sag ich mal, das jeweilige Gremium oder die jeweilige Institution, die genau diese Feststellung getroffen hat, natürlich dann auch den Beitrag kompensieren. Ja, also wenn zum Beispiel die Bundesregierung sagt, was ich eigentlich einfordere, dass geringverdienende sozusagen beitragsfrei sind, dann hat der Bund mit Steuerzahlern den Anstalten die ausfallenden Gebühren zu erstatten. Ja, um das mal ganz klar zu sagen. Das wäre zum Beispiel ein so ein Punkt. So, was die Reformfähigkeit des öffentlichen rechtlichen Rundfunk angeht, da gibt es ja sozusagen auch eine bundesweite Diskussion. Unser Vorschlag ist eben diese, sag ich mal, unabhängige Kommission einzurichten, was die Gehälter angeht, so und was Programmauftrag etc. angeht, ich glaube, da laufen ja die Diskussionen. Da gibt es ja auch die Vorschläge, da haben unsere medienpolitischen Sprecher etliche Vorschläge gemacht und da werden wir sehen, wie sich die Diskussion weiter gestaltet und wie auch bestimmte Vorschläge mehrheitsfähig werden. Also ich würde vielleicht, wenn ich darf, kurz ergänzen. Ich fände es wichtig, dass wir in die Diskussion über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk viel stärker oder überhaupt mal die Zuschauer- und Beitragszahler involvieren, denn das passiert ja eigentlich relativ wenig. Also wenn wir jetzt zum Beispiel die, wir haben ja zwar Beteiligungsformate, kennen Sie vielleicht, Online-Formate im Zusammenhang mit der Novellierung jetzt auch des Medienstaatsvertrags Bund, aber da beteiligen sich deutschlandweit dann 2000 Leute, weil das gar niemand weiß, dass es so ein Beteiligungsformat gibt. Und dann werden ja noch die Ergebnisse, die die Leute dann, also die Beschwerden oder Vorstellungen, die die Leute da formulieren, auch nicht wirklich ernst genommen. Und ich finde, man müsste eigentlich mehr Vertrauen haben, auch in die Zuschauer und Beitragszahler, dass sie eigene Vorstellungen davon haben und die auch kommunizieren können und anbringen können, wie sie sich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, den Sie finanzieren mit Ihrem Geld, wie Sie sich den vorstellen. Ja, noch zwei Fragen, die eine unmittelbar dazu an Herrn King. Was halten Sie von dem Vorschlag der Freien Wähler in Brandenburg, einen Zuschauerbeirat beim RBB einzurichten? Und die zweite Frage in der gerade laufenden Personalversammlung beim RBB ist die Rede davon, dass es auch Bonny gegeben haben soll, wenn Personalkürzungen vorgenommen worden sein. Wie bewerten Sie das? Zu dem Bonny wollte ich sagen, das Bonny-System lehnen wir sowieso ab. Erst recht natürlich auf der Grundlage, dass man jetzt Bonny dafür bekommt, besonders wirtschaftlich zu sein. Das heißt, möglichst viele Leute zu entlasten. Aber grundsätzlich ist das ja auch eines der größten, also aus meiner Sicht der größten Ärgernisse im Zusammenhang mit der Schlesinger-Wolf-Affäre, dass diese Bonny von unbekannter Höhe und vor allem mit unbekannter Rechtfertigung, also so richtig weiß man ja gar nicht, wofür gibt es eigentlich welchen Bonus, in welcher Höhe, auf welcher Grundlage, für welche Leistung und so weiter. Ich muss jetzt zugeben, da kannst du vielleicht aushelfen. Ich kenne es den konkreten Vorschlag der Freien Wähler nicht. Ich finde aber, das sage ich jetzt mal als Alexander King, das ist keine abgestimmte linke Position, an sich finde ich das richtig, auch, habe ich ja vorhin gesagt, also diesen Anspruch, den meine ich durchaus ernst. Ich finde, die Zuschauer und Beitragszahler müssten eigentlich auch stärker in die Gestaltung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks einbezogen werden. Ich finde, das haben wir ja vorhin gesagt, der Rundfunkrat, das ist natürlich eine gute Sache, aber das ist ja eher, das ist ja Vertreter von Institutionen. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, das ist jetzt mal so ein bisschen ins Blaue hinein, gebe ich zu, dass es vielleicht auch interessant wäre, zum Beispiel eine Art Zuschauerrat zu haben, wo dann geloste Leute oder so auch sitzen und vielleicht Hinweise geben, Tipps geben, sagen, was ihnen gefällt, nicht gefällt und so. Also das, wie gesagt, das ist keine Position der Linken oder irgendwas, was wir jetzt untereinander abgestimmt hätten. Aber das ergibt sich natürlich ein bisschen, haben Sie recht, Schluss ergibt sich aus dem, was ich vorhin gesagt habe. Und so ist es auch gemeint. Die Position zu den Bonis teile ich ausdrücklich. Gehört mit dazu, wenn man die Frage stellt, wie muss ich denn das System verändern? Und ich glaube, diese Boni-Zahlungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sollten der Vergangenheit angehören, was die Frage des Vorschlags der Freien Wähler angeht. Also ich finde, in der jetzigen Situation, in der wir sind, sollten wir uns nicht irgendwelche Denkverbote auferlegen. Also ich denke, dass, wenn wir über die Frage reden, wie können Kontrollmechanismen verbessert werden, wie können Strukturen verändert werden, wie können die Konsumenten stärker mit einbezogen werden, dann ist so ein Vorschlag zumindest mit zu prüfen. Und da würde ich es sehr gut finden, wenn die Freien Wähler ihren Vorschlag etwas konkretisieren, wie denn so ein Programmbeirat aussehen könnte oder so ein Beirat aussehen könnte. Und dann wäre das sicherlich eine Frage, wie man den installieren kann. Also Denkverbote an der Stelle sind für mich im Moment nicht auf der Tagesordnung. Von Daniel Keller von der SPD kam ja die Idee, die Landesrechnungshöfe zu ermächtigen, die Finanzströme etwas genauer zu kontrollieren. Er sagte, er begründet das, das ist öffentliches Geld und das ist ja nun auch ein öffentlicher Rundfunk. Nun hat ja die Linke sowohl in Berlin als auch in Brandenburg immer mal mit regiert. Also wie kommt es, dass Sie jetzt erst auf die Idee kommen, als Legislative sich diese Rechte auch zu geben? Und stehen Sie dann also in einer Linie da mit Daniel Keller bei diesem Vorhaben? Sie mögen mich gerne berichtigen, aber ich meine, dass die Rechnungshöfe schon jetzt die Möglichkeit haben, den RBB zu prüfen. Er sagt, das stärken. Da sind wir sehr dafür. Also ich sage jetzt mal, da sind wir sehr dafür, die Stellung der Rechnungshöfe zu stärken. Der Rechnungshöfe hat ja jetzt schon die Möglichkeit zu prüfen. Und wenn es Vorschläge gibt, den Rechnungshöfe zu stärken in seiner Kontrolltätigkeit, das würde an uns nicht scheitern. Ja, eine Nachfrage noch. Wer kam auf die Idee, den RBB zu zerschlagen? Und dann vor dem Hintergrund auch, dass ja vor 20 Jahren diese Vereinigung stattfand, was zum Beispiel dazu geführt hat, dass jetzt auch der brandenburgische Gebührenzahler die Regel finanzieren durfte, dass uralt SFB-Redakteure ein Redakteursgehalt bis zum Ende ihres Lebens jeden Monat bekommen. Das ist also nicht nur die Berliner, sondern auch die Brandenburger mit diese, sagen wir mal, Versorgungsrepublik Deutschland dafür aufkommen dürfen. Wie finden Sie das im Nachhinein? Und ja, Rolle Rundfunkrat. Also Sie wollen ja wieder ein Gremium gründen. Da sind die Linken, da gebe ich meinen Kollegen recht, ganz stark Gremien gründen und Arbeitskreise. Aber hat denn, das alles ist ja unter den Augen des Rundfunkrates passiert, was wir jetzt hier sehr bedauern. Kann man denn mit dessen Arbeit eigentlich zufrieden sein? Oder ist nicht letztlich doch der Verdacht zu erheben, dass dort in so einer Art Abnickgruppe sitzt, die letztlich alles, was mit schönen Worten von Frau Schlesinger ihr vorgelegt wurde, dann eben gebilligt hat? Ich würde kurz was zur Zerschlagung RPB sagen und dann zum Rundfunkrat. Und vielleicht kannst du was zur Versorgung sagen. Also wer auf die Idee gekommen ist, ich glaube, das ist nicht bekannt. Also ich habe es zum ersten Mal im Handelsblatt gelesen und war überrascht und da hat man eigentlich auch gedacht, es ist vielleicht auch eine Ente oder so. Aber es hält sich ja irgendwie hartnäckig. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, wie man sowas ernsthaft verfolgen kann. Das ist wirklich eine sehr abstruse Idee. Was den Rundfunkrat betrifft, ich glaube, ich habe vorhin schon was dazu gesagt. Natürlich kann man nicht zufrieden sein. Also wenn man zufrieden sein könnte mit allem, was alle Beteiligten irgendwie gemacht hätten, hätten wir auch gar nicht diese Situation. Das ist doch offensichtlich in dieser Situation, dass die bisherige Aufstellung der Gremien so nicht funktioniert. Und das liegt jetzt aber nicht unbedingt an den Personen, die da in dem Rundfunkrat sitzen, sondern es liegt daran, das hatte ich vorhin schon mal versucht auszuführen, dass natürlich der Rundfunkrat im Grunde strukturell schwach ist. Weil er besteht eben aus einem Sammelsurium von Leuten, die nur ab und zu dann auch zusammenkommen, die in ihrem normalen Leben alle möglichen anderen Aufgaben haben und die wenig bis eigentlich fast gar keine Unterstützung haben. jetzt zum Beispiel hauptamtliche Unterstützung für ihre Arbeit. Und deswegen, das ist natürlich schwierig. Das war es in Normalzeiten, wo nichts weiter passiert, mag das okay sein. Aber ich glaube, wir haben jetzt gesehen, dass das eben nicht ausreicht. Das heißt, man müsste eigentlich institutionell den Rundfunkrat stärken. Thomas. Ja, und das ist ja die Aufgabe, die wir möglicherweise dann, oder nicht möglicherweise, sondern die wir mit der Überarbeitung des RBB-Staatsverfrages haben. Wie kann man dort auch strukturelle Veränderungen vornehmen, die dann eben auch den Rundfunkrat stärken? Eben wurde nochmal die Frage angesprochen, der Versorgung von ehemaligen SFB-Mitarbeitenden. Also ich sage jetzt mal, das ist natürlich für mich eine total schwierige Frage. Ich meine, der Prozess damals zur Zusammenführung von ORB und SFB war ja schon sozusagen gerade an der Stelle, sage ich mal, sehr, sehr, sehr konfliktbeladen. Und ich würde an der Stelle sagen, irgendwann würde das Thema nicht mehr ganz oben stehen auf der Tagesordnung. Irgendwann, naja, ich sage mal, es gibt doch jetzt sowieso kein Zurück mehr. Ich sage mal, was nützen uns so eine rückwärtsgewandte Diskussion? Wir müssen in der jetzigen Situation nach vorne gucken. Wir haben ein großes Interesse daran, dass der RBB gestärkt wird, dass er wieder in ruhiges Fahrwasser kommt, dass die Mitarbeitenden ihre Arbeit vernünftig und gut machen können, dass sie auch möglicherweise wieder mehr Einschaltquoten bekommen, indem das Programm wieder mehr gesehen wird. Und die Frage natürlich, wie kann man den RBB attraktiver gestalten? Ja, ein Stück weit mehr Regionalität wäre zum Beispiel nicht unwichtig. Ja, weil die Leute wollen natürlich Berichte aus ihrer Region sehen und wahrnehmen. Und von daher, glaube ich, ist das Hauptthema nicht die Frage, wie viele ehemalige SFB-Redakteure bekommen, wie viele Knete, sondern wie kriegen wir, sagen wir mal, Qualitätsjournalismus beim RBB wieder mal so nach vorne gestellt und auch in den Mittelpunkt gestellt und nicht irgendwelche Skandale, die von der Geschäftsführung verursacht sind. Ja, noch eine Frage an Herrn Dommriss. Sie haben ja am 18. September vorher in Perleberg als Bürgermeisterkandidat anzutreten. Das würde bedeuten, dass Sie dieses Thema RBB nicht weiter fortführen können. Nun sind Sie hier heute als medienpolitischer Sprecher Ihrer Fraktion und wir haben eben schon deutlich erfahren, dass das Thema sicherlich noch über mehrere Monate gehen wird. Inwieweit bauen Sie denn jetzt jemanden auf, der die Positionen künftig fortführen kann? Herr Lassiver, dieses Thema können Sie für viele andere Themen, die ich bearbeite, genauso herauszustellen, also zum Beispiel das Thema Waldumbau, wo wir zu heute nicht mehr kommen werden, das ist ja eine Generationenaufgabe. Also die werde ich sozusagen, solange ich abgerundet bin, überhaupt nicht bearbeiten können oder entbearbeiten können. Also von daher, glauben Sie mir, wir werden in der Fraktion eine sehr gute Variante finden, wie wir die Themen, die ich jetzt bearbeite, sollte ich Bürgermeister werden, denn auch weiter bearbeiten werden. Ich sage mal, zum letzten Hauptausschuss zum Beispiel war Frau Block meine Vertreterin im Hauptausschuss. Wir haben ja nächste Woche die Sondersitzung im Hauptausschuss, da werde ich wieder daran teilnehmen, Frau Block und ich und Herr Büttner, und haben eine sehr gute Kommunikation. Von daher werden wir das Thema RBB genauso gut weiter bearbeiten, wie das Thema Waldumbau, wie das Thema Wasser, wie das Thema Klimaschutz. Ich glaube schon, dass wir da ganz gut aufgestellt sind in der Fraktion. Also, wenn ich Sie zitieren darf, dass Sie mich schon als Bürgermeister im Pferde wegsehen, gerne doch. Ich weiß es nicht. Und ich weiß auch nicht, was Ihr Rechtsanwalt, den Sie ja jetzt hinzuzieht, ihr raten wird. Also, nachdem jetzt die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen hat, ist es ja dann nochmal eine ganz andere Nummer, als nur mal einfach so ein paar Fragen vom Hauptausschuss zu beantworten. Die Antworten, die sie vorgelegt hat, also mich stimmen die nicht unbedingt froh, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte da ein paar konkretere Dinge erwartet. Von daher gibt es schon etlichen Redebedarf. Also, das will ich gar nicht verhehlen. Ob sie kommt, werden wir sehen. Gut, den Weitungsbau verschieben wir. Und wenn jetzt keine weiteren Fragen mehr sind, dann vielen Dank. Vielen Dank.